Alter, der fühlt sich richtig geil an. Ich bin der Ralf Dolder, komme aus Soermach im Schwarzwald. Ich bin Pascal Zanomeni. Also wir sind beide im BMW-Club Schwarzwald. Wir wissen gar nicht, was heute passiert. Wir lassen uns überreifeln. Ich bin der Markus Huber, Produktmanager für die 3er Limousine. Und die dürfen wir jetzt gleich auch live erleben. Nice! Da fühlt man sich einfach zu Hause. Wir haben bei uns an Bord den BMW Intelligent Personal Assistant. Hey BMW, mir ist kalt. Wie viel Grad soll ich einstellen? 22. Ich stelle die Temperatur im Beifahrerraum auf 22 Grad Celsius. Also ich würde einen da drüben gerade mitnehmen. Wir fahren jetzt mal in die Tiefgarage rein. Ich versuche jetzt mal einen Parkplatz zu finden. Ich muss hier rum, wird es ein bisschen enger. Ach Gottes Willen. Boah, das war jetzt ein Satz mit X. Es gibt hier einen Punkt, der nennt sich Rückfahrassistent. Halte! Da wird sogar meine Oma aus der Fahrglücke kommen. Gerade sprachlos. Ja, das ist echt lustig. Das ist echt krass. Ihr dürft jetzt mal eine Runde selber drehen. Danke schön. Genießt das, den neuen BMW 3er. Danke. Bis später. Endliche Laie und individuell konfigurieren. Sport, 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 Sport. Alles Sport. Alles Sport. Alles Sport. Vier Zylinder, Alter. Schon geile Ton. Weißt du? Zack, Alter. Ich gebe kein Gas. Gar nichts. Du machst gar nichts eigentlich. Du machst gar nichts eigentlich. Bro, ich mache gar nichts. Kauft. Top läuft. Riesen Dank an BMW. Fun Faktor plus 100. Es war einfach ein klasse Tag. Hab mich gefreut. Danke schön. Genießt das noch damit. Danke schön. Es war ein Video. Jetzt kommen die chinesischen Musikze. Sie次회를 verlet granul und fixate. Sie v üzerine.